Ich bin wieder ganz am Anfang, vorher war ich richtig weit eigentlich bei dem Spiel, aber ich bin jetzt leider wieder am Anfang, weil die Liga ja wieder zurückgesetzt wurde und jetzt wieder am Anfang ist, naja, was sollt, seht ihr ein Löffel zu Eis, hab ich so, mich gerade so gut, wo ultimatives Training sind, der voll verfahren wird jetzt auch jetzt so, ich muss sagen, jetzt spielen wir jetzt nochmal eine Runde Börse zusammen mal gucken, wie gut der geht, war mein Wirt, ich hoffe nicht alles so stark, aber das wäre sehr, sehr gut, sehr, sehr gut, bitte sei nicht so stark Ge trennen welcher besser? pumpkin lime super i what Das ist so gut. Gizelle. Oh, das ist so gut. Das ist so gut. Tor ist Und Na, schau So schön Und Und Ural Aufgeser Wahrscheinlich heißt er in der Zeit oder so Aber Ah ja, irgendwie Der geht ja nicht rein Oder? Ja Weinen Moment Geht er rein Er geht rein Jetzt noch eine Sekunde Geht er rein Leute, geht er rein Er geht rein Ich will es ab Oh Oh Will er es uns so los haben? Guck mal Auf jeden Fall Wie wird es ausgelöst? Ich hoffe, wir nehmen mal wieder. Oh mein Gott. Wie ein Tröpfel. Oh, der war's. Oh, Ronaldo. Ronaldo. Ja, Alter. Das ist alles. Ich schiebe es direkt auf. Ja, ich schiebe es rein. Das ist super. Und alles mit dem Beinschuss. Und. Oh, das ist alles. Oh, nee, egal. Jetzt alles nochmal mit dem Beinschuss. Ja. Super. Das ist aber cooler. Was ist denn? Nein, Kuhu jetzt. Geht der jetzt rein? Geht der rein? Geht der rein? Geht der rein? Ja. Das ist Martin. Das ist Martin. Oh. Ich habe zwar alles aus dem Typen. Ich habe nichts. Und das ist Martin. Ich habe mir das. Mein Herz. Ich habe die Glück.